Ich habe hier wundervolle Silvesterraketen. Bestimmt haben sie ihre Feuerwerkskörper auch schon zu hause bereit liegen. Aber was ist mit der Umwelt? Wie kann ich die Raketen ohne Feinstaub ins neue Jahr schicken? Raketen müssen absolut staubfrei sein, darum müssen sie vor dem Zünden gründlich gereinigt werden. Das Beste ist ein Bad. Dazu benötigen wir genug Wasser und schon werden die Feuerwerkskörper gereinigt. Ohne Feinstaub ins neue Jahr. Für unsere Umwelt.